hallo und willkommen am whisky waiter so heute habe ich mal wieder einen der seltenen norwegischen nordnorwegischen whiskies der brennerei bifrost im glas oder eigentlich ist es die aurora distillery mit ihrem bifrost es ist die achte von neun abfüllungen aus dieser nordic serie wenn ich das richtig verstanden habe wir haben den neuen bifrost alfheim im glas ja wie immer super schwer dran zu kommen verkaufsstart war war zweiter november glaube ich morgens um acht und ich glaube es hat diesmal sechs minuten gedauert bis er ausverkauft war grundsätzlich gibt es hier steht es irgendwo 4508 flaschen davon 480 für deutschland das ist natürlich auch nichts ne deutschland ist das einzige land wo es zwei shops gibt spannenderweise nämlich einmal bifrost.de das andere ist spirits of scandinavia also man hat direkt doppelt eine chance aber es wird bei beiden gleichzeitig released und was soll ich sagen jeremy und ich wollten uns jeweils eine flasche holen und hatten aber zehn im kopf mir ist der fehler um viertel nach acht aufgefallen da war es dann schon zu spät aber bei unseren freunden in holland bei must have malls war ich nicht zu spät da gab es noch flaschen und dann konnte ich mir eine bestellen und was soll ich sagen wie fix sie im versand waren ich habe die mittwochmorgen bestellt donnerstag mittag war sie da wahnsinn so was haben wir hier wir haben einen nordic single malt arctic single malt steht drauf wie frost alfheim wie gesagt die achte abfüllung aus dieser serie von neuen insgesamt die nächste soll glaube ich im märz nächsten jahres kommen habe die flasche 4283 hier und diesmal ist es limited edition world oaks 46 prozent alkohol 50 cl flasche preislich war der uvp bei 70 euro uns hat sie dann mit versand nach deutschland am ende 77 euro gekostet also auch da und das muss ich echt mal lobend erwähnen das sind halbflaschen die sind bei ebay danach sofort für den dreifachen preis drin wenn man sich anguckt was heute die erste oder auch die zweite abflungen der serie kosten wird man blind also die haben alle um die 70 euro gekostet die erste abfüllung der ich glaube nilfheim ist das nilfheim müsste der erste gewesen sein der wird bei über 2000 euro gehandelt was ist das bitte für eine wertsteigerung egal alle die eine flasche haben dürfen sich darüber freuen die ersten beiden habe ich leider nicht bekommen oder nie gehabt weil ich erst später darauf aufmerksam geworden bin danach hatte ich alle auch glaube ich alle im video deswegen wäre ich sehr traurig gewesen wenn das mit dem nicht geklappt hätte ich habe auch von allen danach noch eine in meiner persönlichen sammlung für die kids bis auf vom muspelheim damals habe ich nur eine bekommen schick der korken ich hoffe ihr könnt das sehen also wenn noch eine ein muspelheim übrig hat ne quatsch einen asgard einen asgard habe ich nicht ich habe auch tauschmaterial aber ein asgard fehlt mir so also world oaks was heißt das gereift ist der whisky in vier verschiedenen oak casks oak types auf von drei verschiedenen kontinenten wir haben die ursprüngliche reifung in ex bourbon fässern dazu kamen dann französische eiche schinker pin eiche und kolumbische eiche finde ich sehr sehr spannend habe ich bis jetzt nur beim tomettin chewbockern gesehen mit dem oak aus den anden also der eiche aus den anden den habe ich leider noch nicht probiert ich hoffe ich krieg da irgendwann noch eine möglichkeit zu ansonsten stehen natürlich wieder ganz ganz viele details auf der homepage also welche hefe welches malz welches wasser etc etc greift wieder in diesen ehemaligen nato bunker unterirdisch bei nahezu null grad das einzige was mir aufgefallen ist ist dass die homepage von bfrost diesmal ein bisschen irreführend ist weil in dem beschreibungstext noch die infos vom hellheim drin sind also da ist ein copy paste fehler passiert weiter unten bei den details steht das richtige drin aber beim beschreibungstext steht das vom hellheim also vom vorgänger drin kolumbische eiche kolumbianische eiche aber ich bin mir nicht sicher was ich gesagt habe das ist erstmal sehr schön dunkel interessant abgefüllt übrigens mit 46 prozent das erste was ich habe ist was nussiges so eine mischung aus walnuss und muskatnuss dazu vielleicht so ein bisschen rosine also es erinnert mich an eine frisch geöffnete tüte studentenfutter auch wenn da mehr erdnüsse drin sind aber grundsätzlich erstmal sehr sehr angenehm in der nase man merkt keine jugend man merkt nichts alkoholisches er hat sowas wie beschreibt man das also er hat für mich einen sehr vertrauten geruch den ich aber nicht so richtig gegriffen kriege gerade habt ihr schon mal Orangenschalen oder Orangenzeste genommen und die an einer kerze ausgepresst und dann flammt das so ein bisschen in die richtung habe ich das gerade jetzt kommt noch eine karamellnote dazu schöne intensive karamellnote und ein bisschen holz also ich hätte mit mehr holz gerechnet weil so der wert darauf gelegt wurde aber in der nase ist sie zumindest noch relativ verhalten sehr angenehm finde ich zur einordnung also der ist echt in ordnung er ist bestimmt nicht der beste bifrost von der nase her bis jetzt aber auch mit abstand nicht der schlimmste also wir hatten schon wesentlich schlechtere wir hatten aber auch schon bessere zum wohl holla die waldfee da kommt eine ordentliche portion holz dazu so ein bisschen wie so ein arabischer kaffee so ein sehr sehr kräftiger also gefühlt so ein kaffee wo du den löffel rein stellen kannst und der bleibt stehen dazu so ein bisschen orientalische gewürze also ich bin vom vom feeling her gerade in marokko auf markt und gehe da durch die gassen und kriegt diese ganzen verschiedenen gewürze in die nase alkohol ist auch im geschmack sehr gut eingebunden abgang ist mittel würde ich sagen den hätte ich mir ein bisschen länger gewünscht aber diese aromen fracht die ist total spannend also es ist nichts was ich jetzt schon so häufig im glas hatte also im geschmack hatte diese holzigkeit ist sehr intensiv und dann diese diese gewürzmischung muss ich schon fast sagen ohne das despektierlich zu meinen also wirklich diese fracht an verschiedenen gewürzaromen fällt mir gerade kein whisky ein bei dem ich das so intensiv hatte in der nase kam jetzt gerade noch mal so richtig orange orange karamell durch und im geschmack habe ich jetzt beim zweiten schluck tatsächlich so ein bisschen eine jugend mit dabei aber nichts wirklich unangenehm ist dazu dieser arabische sehr intensive kaffee ein bisschen was was abgestandenes ist mit dabei das kann ich noch nicht besser beschreiben also so ein bisschen was wo du sagst ja das ist schon ein bisschen drüber und eben diese diese gewürze wo ich sag was ist das alles du gehst auf den arabischen markt siehst so ein paar so ein paar läden die diese diese gewürzpyramiden haben und du fragst dich bei 90 prozent der sachen was ist das eigentlich alles ne safran kardamon und was weiß ich nicht alles und ja also so fühle ich mich also wenn wenn man wirklich durch die durch die durch die gänge dieses marktes dieser souks geht und sich den verschiedenen aromen fremden aromen nicht zuzuordnenden aromen aussetzt wenn ihr das noch nicht gemacht habt dann empfehle ich das euch mal so ein urlaub in marokko zum beispiel auf so einem arabischen markt das ist schon ein erlebnis ja also wie gesagt für mich nicht der beste bifrost aber bei weitem auch nicht der schlechteste der ordnet sich im mittelfeld ein ich würde tendenziell sagen im oberen mittelfeld es gab schon schon bifrost da hat man sich hinterher gedacht war das überhaupt whisky zumindest war es nicht sehr ähnlich mit allem was ich bis jetzt kannte von whisky bei dem ist es anders bei dem merkst du es ist ein whisky aber er hat schon aromen profile die man nicht alltäglich im whisky hat ich weiß nicht inwieweit das vielleicht von der kolumbianischen eiche kommt ich weiß nicht inwieweit das tatsächlich auch mit vom herzstellungsprozess und von der lagerung da oben in nord norwegen kommt das wird glaube ich einfach die zeit zeigen wenn jetzt nach der serie vielleicht auch mal der ein oder andere standard der brennerei kommt oder noch weiß ich nicht weiß ich nicht vielleicht mal ein single cast also ich weiß nicht wie es nach dieser serie der ersten neuen whiskies bei bifrost weitergeht aber ich bin sehr sehr gespannt drauf und ich freue mich tierisch drauf bis jetzt finde ich das eine total coole arbeit was die da machen und was soll ich sagen marketingtechnisch da haben sie auf jeden fall einiges drauf das spricht jetzt nicht unbedingt was für den whisky aber ja es macht schon spaß danach zu jagen und irgendwie auch immer ein geschmacksprofil im mund zu haben am gaumen zu haben aber auch in der nase zu haben was man sonst so von whiskies nicht kennt und trotzdem ein whisky zu haben spricht für so ein bisschen einzigartigkeit also in der wirtschaft glaube ich sagt man dazu unique selling point also was einen halt ein alleinstellungsmerkmal bringt ob das jetzt gut oder schlecht ist das muss natürlich jeder genießer für sich selber entscheiden ich finde es spannend ich entdecke immer gerne neue welten beim whisky also ich habe lieber was abgedrehtes als die hundertste sherry cask abfüllung die überladen ist aber da das ist mein empfinden da weiß ich gibt es ganz ganz viele andere die sehr auf tradition achten also es gibt ganz viele die stehen total auf dieses aufgeladene sherry fass oder süßwein fass gereifte es gibt ganz viele die auf die alten traditionellen bourbon fass reifungen stehen und ich mag es halt gerne ein bisschen experimenteller solange es nicht übertrieben wird also ich fände es jetzt nicht so cool wenn halt sachen noch da reingekippt würden wie das zum beispiel bei bei anderen spirituosen machbar ist ich denke an gin wo alles mögliche mit reingegeben werden kann aber grundsätzlich die lagerung in den verschiedensten eichen fässern oder den verschiedensten holzarten finde ich generell eine spannende möglichkeit aus einem jetzt schon guten produkt noch was interessanteres hervor zu bringen aber das ist meine persönliche meinung und ich bin ein bisschen abgedriftet das tut mir sehr leid mich interessiert ob ihr eine flasche bekommen habt hattet ihr die möglichkeit wart ihr schnell genug habt ihr irgendwo ein tipp herbekommen ich weiß in meiner community bei whatsapp habe ich dann den link vom holländer reingestellt und der eine oder andere hat sich glaube ich eine flasche geschnappt und dann würde mich interessieren wenn ihr ihn probieren konntet schreibt mir gerne mal in die kommentare wie eure meinung zu dem whisky ist wie findet ihr die abfüllung wie findet ihr generell die brennerei beziehungsweise die marke mit den ganzen informationen die sie bereitstellen was erhofft ihr euch von der zukunft oder für die zukunft von der brennerei und dann würde ich mich sehr freuen wenn ihr das video mit einem daumen nach oben belohnt den kanal abonniert und beim nächsten mal wieder einschaltet vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal ciao